Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe von Unter den Linden. Die Europäische Union steht vor der wichtigsten Weichenstellung ihrer jüngeren Geschichte. Mit dem Brexit verlässt einer der bedeutendsten Pfeiler des Staatenbündnis. Die Folgen werden nun erstmals in belastbaren Zahlen sichtbar. Aus der Finanzplanung, die EU-Kommissar Günter Oettinger vor wenigen Tagen vorgestellt hat, wird eines deutlich. Für die verbleibenden Mitglieder, insbesondere Deutschland, wird es wohl spürbar teurer. Was kommt da auf uns zu? Wer profitiert eigentlich von der EU? Und was ist uns die Europäische Union wert? Diese Fragen möchte ich heute gerne diskutieren. Zum einen mit Metin Hagverdi, Mitglied des Deutschen Bundestages, der stellvertretende europapolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Und zum anderen mit Otto Fricke, dem haushaltspolitischen Sprecher der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen. Herr Hagverdi, seit letzter Woche ist der Brexit ja so ein Stück weit faktischer geworden. Denn seit letzter Woche liegt jetzt die Haushaltsplanung der EU-Kommission für die kommende Haushaltsperiode vor. Und das ohne den Nettozahler Großbritannien. Würden Sie sagen, das ist ein gelungener Entwurf? Das ist ja so eine Art Spagat zwischen Sparwillen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Zukunftsgewandtheit, Zugewandtheit. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, was halten Sie von dem Entwurf? Das ist ja zunächst nur ein Vorschlag. Insofern kann man gar nicht so sehr ins Detail gehen. Das wird ja noch in den nächsten Monaten bis im Mai nächsten Jahres noch konkretisiert werden. Ich denke schon. Ich denke, dass man einen mutigen Entwurf gemacht hat, nicht nur um jetzt das Ausscheiden UKs, was ja wahrscheinlich ist, zu kompensieren, sondern auch neue europäische Ziele gemeinsam zu erreichen. Also dieser europäische Mehrwert, darüber werden wir heute ja wahrscheinlich aussprechen. Ich glaube, dass der ein Motiv ist in diesem Vorschlag und dass die Richtung stimmt. Herr Fricke, wie berechnet man eigentlich den Finanzbedarf der öffentlichen Haushalte allgemein? Also eigentlich ist es doch üblich, dass man die Grundlage nach den Ausgaben berechnet und nicht unbedingt nach der Wirtschaftsleistung, oder? Naja, das ist immer so eine Frage, wie Politik an Dinge rangeht. Und das ist übrigens, wie wir unser Privatleben auch führen. Wenn wir planen finanziell, gehen wir dann nach der Frage, was können wir uns leisten oder gehen wir nach der Frage, was wollen wir erreichen? Und ich glaube, das Schwierige bei Europa ist die Frage, dass Europa in einer Konkurrenz zu nationalen Haushalten steht und zu der Frage von Kompetenzen. Also was macht Europa? Und die allergrößte Schwierigkeit ist, werden wir wahrscheinlich auch noch darüber reden, ist, wenn ich etwas verändern will in der Politik, dann kann ich nicht einfach nur sagen, wo ich mehr haben will, sondern ich muss auch sagen, wo ich weniger ausgeben muss oder will, um am Ende das auch einerseits mathematisch hinzubekommen, aber auch politisch. Nun ist, Herr Herr Kwerdi, die Finanzpolitik ja durchaus ein etwas komplizierteres Feld. Und gerade wenn es um die europäische Finanzpolitik geht, haben doch durchaus viele den Eindruck, dass es eine gewisse Intransparenz in sich trägt. Zumindest fühlen viele Bürger ein gewisses Unbehagen, wenn es um die Finanzen innerhalb der EU geht. Ist das richtig? Das Gefühl mag stimmen, ja. Wir werden, ich glaube, alle gemeinsam in den nächsten Monaten dafür sorgen, dass das nicht so ist. Wir haben jetzt diesen Entwurf. Wir werden bis zum Gipfel in Rumänien im Mai nächsten Jahres, glaube ich, öffentlich ganz viel darüber sprechen. Ich glaube übrigens, dass es nicht nur an der Intransparenz liegt, sondern manchmal auch an der Erklärung, sagen wir mal, wieso muss das eigentlich, da bin ich ganz bei Ihnen, Europa machen. Also wieso können das nicht die Nationalstaaten oder die Gemeinden, die Kommunen machen? Die Frage muss man ja auch beantworten. Es ist also nicht nur eine Frage des Ob, sondern auch des Wie. Und wir, alle Fragen sind auf dem Tisch. Ich glaube auch, dass es da ein paar Veränderungen in diesem Haushalt geben wird, die neu sind, vollkommen jenseits des Brexit, die ich durchaus begrüßenswert finde. Aber eins steht schon mal jetzt fest, es wird auf jeden Fall teurer. Die Frage ist, wenn Sie die Summe betrachten, die voraussichtlich gezahlt werden soll nach den Plänen der Kommission, wie sie jetzt vorliegen, dann ja. Aber ob etwas teuer ist oder nicht, hängt ja nicht von der Zahl ab, die man bezahlt, sondern was man dafür bekommt. Und insofern begrüße ich jetzt diese Debatte, die jetzt anfängt mit diesem Vorschlag, auch darüber zu sprechen, was wollen wir, was wollen wir, dass Europa leistet und was sind wir bereit dafür zu bezahlen. Wenn Europa mehr Verantwortung bei der Grenzsicherung übernimmt, wenn Europa mehr Verantwortung bei der Digitalisierung Europas übernimmt, bei der Bändigung von Digitalkapitalismus, bei der Einwanderung, bei all diesen großen Themen, wo wir uns, glaube ich, schon einig sind, dass Europa das besser könnte als nur die Nationalstaaten, dann lohnt sich das da auch Geld für zu hinterlegen. Nun gibt es ja schon die erste Kritik von den ersten Geberländern. Niederlande, Dänemark, Österreich, Schweden haben alle schon Bedenken angemeldet. Schließen Sie sich dieser Kritik an? Ja, ich schließe mich der Kritik alleine schon deswegen an, weil wir erkennen müssen, es ist ein erster Vorschlag, aber wir müssen natürlich erkennen, wie das Spiel jetzt läuft. Wir sind hier in Verhandlungen, wo ganz viele Player drin sind. Es ist undurchsichtig. Und in dem Moment, wo du jetzt sagst, ja, ist gut, machen wir, kriegen wir irgendwo schon hin, ist doch klar, dass diejenigen, die das Geld haben wollen, sagen, schön, das haben wir umgangssprachlich gesagt im Sack. Nein, jetzt muss man ganz genau gucken. Und da sind wir wahrscheinlich gar nicht weit auseinander. Wofür ist es denn wirklich? Weil wenn ich einfach sage, ja, ich will jetzt mehr in Digitalisierung tun, ist das schön. Wenn ich dann aber feststelle, es ist sozusagen immer noch so, dass der dicke, fette Brocken weiterhin Agrarsubventionen sind und der Abbau ist irgendwo bei, ich habe das jetzt mal ausgerechnet, grob 0,7 Prozent pro Jahr, dann ist das zu wenig. Das sind Dinge, die nicht gehen. Und ein zweiter Punkt, ich gebe ein Beispiel, was kostet Europa uns dann? Wenn wir sagen, wir wollen bei Verteidigung mehr tun zum Beispiel, was ja in den Plänen drin steht, was Oettinger will, heißt das dann, ist das dann on top auf das, was wir in Deutschland machen wollen und in Deutschland noch erhöhen wollen, kommt dann noch ein europäischer Zuschlag oder geht Europa hier an eine Stelle ran und sorgt dafür, dass bestimmte Erhöhungen, die wir national machen, nunmehr von Europa gemacht werden. Das sind ganz unterschiedliche Dinge, die muss man sich ganz genau angucken. Am Ende zahlt es der Bürger. Er muss es nur wissen, auf welchem Wege und es muss transparent sein, sonst nützt es ihm nichts. Das ist das, was eben Sie schon sagten, was übernehmen die Nationalstaaten, was übernimmt Europa. Wenn man sich die Position der Union anguckt, Ihrem Koalitionspartner und die Position der SPD anguckt, hat man den Eindruck, dass das nicht so 100 Prozent in einem Fahrwasser ist. Wo steht denn die Bundesregierung jetzt? Es ist ja kein Geheimnis, dass die SPD der europapolitische Motor der Koalition ist. Das lag natürlich auch an diesem Regierungsfindungsverfahren und dann am Ende, dass im Koalitionsvertrag zum ersten Mal das Thema Europa an so prominenter Stelle, so weit vorne, nicht nur an der Stelle vorne, nicht nur quantitativ, wie viel darüber stand, sondern auch in der Qualität und dass da Absetzbewegung, wenn Sie das so nennen wollen, in der Union geben könnte, das ist manchmal so. Warum habe ich das nicht gesagt? Ich meine, es gibt immer Kompromisse in der Koalition und einige sind damit zufrieden, einer meckert immer, aber wir haben uns vertraglich geeinigt, der Koalitionsvertrag gilt. Das ist dann am Ende ziemlich einfach. Herr Fricke, wenn wir uns den Entwurf jetzt mal ein bisschen im Detail anschauen, Günter Oettinger schlägt sogar eine faktische Neuorientierung der EU vor. Würden Sie da mit ihm gehen? Also er sagt, er will mehr Geld für den Schutz der europäischen Außengrenzen, er will mehr Geld für Verteidigung, er will mehr Geld für Forschung, Jugend ausgeben. Würden Sie sagen, das ist eine faktische Neuorientierung? Nein, noch nicht. Es ist das typische On-Top. Und er nimmt natürlich die Punkte, die gut ankommen. Weil wenn ich mich hinstelle in einer Gruppe, wir haben ja jetzt Europatag gehabt, waren an den Schulen und sage, ja, also, dass es jetzt die Möglichkeit Interrail kostenlos für alle gibt, dann wird keiner sagen, nee, da sind wir dagegen. Und wenn es heißt, wir müssen was für die Grenzsicherung tun und beim Thema Migration, dann wird keiner sagen, nee, da müssen wir nichts tun. Es kommt eben wirklich darauf an, wie man das dann wirklich komplett umsetzt. Weil zu sagen, hier ein kleines Projekt und da ein kleines Projekt, das ist dann am Ende nicht Europa, sondern es muss die ganze Funktionsfähigkeit geben. Zwei Beispiele. Das erste ist, Roaming haben wir alle ganz toll gefunden, dass wir nunmehr bei der Frage, ob wir nun auf der einen oder anderen Seite der Grenze sind, nicht mehr gucken müssen, oh Gott, jetzt wird es teuer. Das zweite ist aber, das will ich dann doch sagen, der Bereich Entwicklungszusammenarbeit. Essentiell für eine moderne Welt, dass wir eben auch hier sagen, wie sorgen wir dafür, dass wir Strukturveränderungen in den Ländern bekommen, wo der Migrationsdruck ist. Aber zu sagen, wir machen jetzt eine deutsche Entwicklungshilfe nach Prinzipien, die sehr gut elaboriert worden sind, über eine große Koalition, auch über einen liberalen Entwicklungsminister. Und dann setzt Europa nochmal einen drauf und sagt, wir machen das jetzt neu nach einem anderen Prinzip, das kann nicht die Lösung sein. Ich bin gespannt. Ich glaube, das ist halt die lange Erfahrung als Haushälter, erst dann, wenn du auch unangenehme Nachrichten mit hineinbrichst und sagst, wo du weniger machst, erst dann glaube ich wirklich, dass es eine Reform, dass es eine Veränderung gibt. Bleiben wir nochmal bei den Sachen, die on top kommen sollen. Sind Sie bei den Punkten, die Günter Oettinger da vorgestellt hat? Wenn Sie nach Brüssel, ich bin regelmäßig in Brüssel, wenn Sie nach Brüssel fahren, dann verlieren Sie die Parteizugehörigkeit. Die Europäer wollen da mehr, die nationalen Haushälter, wir wollen da im Regelfall weniger. Es scheint eher so eine Frage zu sein, wer lebt wie lange in Brüssel und hat dann sozusagen die Grundeinstellung. Ich habe auch schon erlebt, dass Herr Oettinger eine Pressekonferenz gemacht hat und am nächsten Tag von seiner Bundeskanzlerin in Berlin zurückgefiffen wurde. Das geht übrigens liberalen Politikern in Brüssel genauso wie den Sozialdemokraten. Und wenn es hier jetzt um die konkreten Punkte geht, wie Sicherung der Außengrenzen, mehr Geld für Verteidigung, für Forschung und Jugend und so weiter. Ich glaube, an dem Punkt sind wir uns sowieso einig. Da muss nur nachgewiesen werden, dass es diesen Mehrwert gibt. Wenn auf europäischer Ebene 10.000 Grenzbeamte neu eingestellt werden sollen, mit den Erfahrungen, die wir die letzten zweieinhalb Jahre gewonnen haben, wäre noch die Mehrheit dafür. Es gibt aber auch, vielleicht ein kleiner Widerspruch zum Kollegen Fricke, es gibt auch kleine Dinge, die sinnvoll sind in Europa. Wenn das G5-Netz zum Beispiel, das Digitalnetz, in Projekten, weil es jetzt zufällig in meiner Heimatstadt Hamburg und in meinem Wahlkreis aufgebaut wird, sozusagen ein Maßstab oder ein technischer Standard entwickelt wird, der dann für ganz Europa gelten kann, dann ist das im Finanzplan gar nicht so viel. Das sind nur ein paar Millionen Euro, hat aber in seiner Wirkung, wenn es am Ende zu einem gemeinsamen Standard in der EU führt, eine riesengroße Wirkung. Das kriegen Sie in Geld gar nicht abgebildet, diese Wirkung. Also in Fragen von Forschung und Technologie geht es auch über den reinen Kostenrahmen hinweg, welche Benefits, wie man neudeutsch sagen würde, welchen Mehrwert man dadurch hat, dass man zusammenarbeitet. Das darf man nicht unterschätzen. Ja, die sagt ja eben ganz interessant, das ist manchmal über die Parteigrenzen hinweg eigentlich egal. Auf der einen Seite denkt Brüssel eben anders, als man das in den Nationalstaaten tut. Woran liegt das? Denkt man in Brüssel anders? Und das wird hier in Deutschland auch nicht richtig vermittelbar bei den Menschen. Ist da ein Kommunikationsproblem zwischen Brüssel und den Nationalstaaten? Oder wie würden Sie es einschätzen? Ja, es ist ein Kommunikationsproblem. Es hat aber, und erst mal, ich stimme dazu, das ist wirklich, man merkt das, du wächst an deiner Aufgabe. Auf der anderen Seite aber bist du auch konzentriert auf deiner Aufgabe, bist so in den Details drin, dass die Vermittlung oft dabei auf den Weg verloren geht. Und das ist sehr, sehr schwer, zumal Europa ja nicht vereinfacht in dem Sinne, sondern wir versuchen viel Unterschiedliches einigermaßen gut zusammenzubekommen. Und das Nächste ist, jetzt machen wir hier dieses Gespräch, diese Talkshow und sind dabei auch informativ. Wir sind aber an der Stelle auch wieder national, weil bei der Frage, wer es anschaut, wir über die Sprache und anderes, eine Kommunikationsvermittlung nur einen Teil des Raums haben. Die europäische mediale Ebene, wo du sagst, oh, jetzt kommt diese Talkshow, wo man redet und wo man mitkriegt, mal was wollen die wirklich, die gibt es eben nicht. Und letzter Punkt, die Frage, wie viel Europa an allen Stellen steckt, wo es unser Vorteil ist, die ist im täglichen Leben oft nicht so leicht da. Das aber man umgekehrt einfach, und das mache ich immer als Frage, ja, in welchem Kontinent würdet ihr denn lieber leben wollen? Wolltet ihr lieber in Südamerika, Nordamerika, ich nehme Kanada ein bisschen aus, wolltet ihr in Asien, Afrika leben, dann sagen wir, näher eigentlich schon in Europa. Und dass das so gut funktioniert, muss auch was mit der Europäischen Union zu tun haben und nicht nur einfach mit, ich sage mal, gerade schönem Frühlingswetter. Ich würde da gerne noch mal einhaken, Herr Agwerdi, liegt es vielleicht auch daran, dass die Politik da ein Stück weit versagt, tatsächlich Europa den Menschen näher zu bringen? Ich bin mit solchen Ausdrücken mal unzufrieden, ja, mit Versagen oder Gelungen, ja, am Ende ist das, gelingt es uns allen gemeinsam oder nicht. Denn Europa ist so eine gesellschaftsübergreifende Aufgabe, nicht nur in unserem Land, sondern eben auf dem ganzen Kontinent. Insofern reicht es da nicht mit dem Finger auf einzuzeigen. Aber die Politik trägt natürlich Verantwortung dafür. Ich glaube auch, dass das Teamplay zwischen den Abgeordneten und der Politik in Brüssel und den Nationalstaaten eigentlich gar nicht so schlecht ist. Die Übersetzungsleistung für die Bürgerinnen und Bürger, die sicher zwei Abgeordneten des Bundestages übernehmen, wenn sie zu Hause im Wahlkreis sind, die ist elementar, um den Menschen auch vor Ort Europa zu erklären. Gleichzeitig müssen wir aber auch hier heute darüber sprechen, dass wir uns auch ein Stück weit in die politischen Gegebenheiten anderer europäischer Staaten versetzen müssen. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, wenn es in den Niederlanden die Regierung unter Druck gerät und dann Misstrauensvotum gestellt wird. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, wenn die Jugendarbeitslosigkeit ein Maß erreicht in anderen Staaten, die uns fremd sind. Insofern ist es eine Kommunikationsleistung, wo wir, glaube ich, nicht nur nationale Abgeordnete brauchen, sondern auch europäische. Ein Wort noch zum Mehrwert. Die Luftfahrtindustrie in Hamburg mit dem Airbus-Projekt, was ja ein europäisches Projekt ist, ist schwer getroffen von dem Brexit. Die Flügel des A320 werden gebaut in UK und werden dann nach Hamburg geliefert und dort zusammengebaut. Ich habe mit meinen Gesprächen festgestellt, weil ich dachte, ich habe an so etwas gedacht, wie dass man vielleicht keine Zollunion hinbekommt am Ende, dass es sozusagen der Worst Case, dass man da Zölle drauf zahlen muss oder so etwas, ob das ein Problem sei. Und da hat man mir gesagt, das ist sicher ein Problem, aber nicht das Größte. Das Größte ist, dass eine Idee verloren geht von einem gemeinsamen Wirtschafts- und Ideenraum, um ein konkurrenzfähiges Flugzeug ganz konkret zu bauen. Wenn die Arbeitnehmerfreizügigkeit in UK verloren ginge, haben die Menschen dort, die verantwortlichen in der Industrie, Sorge, dass ihre Teams, ihre Entwicklungspotenziale da einfach nicht mehr so groß sind. Auch das kriegen sie in Eurocent nicht ausgerechnet. Das passiert dann einfach so. Und bei uns ist ja die Überzeugung, nicht bei allen Parteien, aber bei allen, ich sage mal, die Vernünftigen, dass das Ausscheiden Großbritanniens und Nordirlands aus der europäischen Union und ein Riesenverlust für uns und für das Vereinigte Königreich ist, gemeinsam. Diese Überzeugung hat sich ja getragen. Ich würde mich freuen, wenn wir in den nächsten Monaten und Wochen auch darstellen, warum das so ist. Damit wir dieses Gefühl, das wir haben, durchaus auch mit Zahlen, mit Fakten unterlegen können. Herr Fricke, ich würde gerne noch mal auf das zurückkommen, was Herr Oettinger gesagt hat. Würden Sie sagen, das sind die neuen Kernkompetenzen der EU, nämlich Sicherung der Außengrenzen, mehr für Verteidigung? Nein, leider nein. Da bin ich dann leider doch der Zahlenmensch und der guckt, wo die Schwerpunkte sind. Und das ist immer sehr, sehr schön, wenn du sagst, oh, hier gebe ich jetzt mal eine Milliarde. Jetzt ist das auf einmal Schwerpunkt. Um die Zahlen noch mal klarzustellen, es sollen ab 2021 Deutschland 12,5 Milliarden pro Jahr mehr bezahlen. Davon sind ungefähr 3,5 Brexit. Das ist aber immer alles, Pi mal Daumen muss man an der Stelle klar sagen, weil du das nicht einzeln Projektschaffst und auch in der Berechnung nicht machen kannst. Und wenn man dann sieht, was das bedeutet und man sieht, wie viel mehr Geld wofür ausgegeben wird, dann sieht man, dass bei Agrar weiter mehr ausgegeben wird, auch wenn der Anteil langsam aber sicher unter die 70 Prozent sinkt. Und da tue ich mich dann rein mathematisch schwer. Was ich zugebe ist, es ist inzwischen klar, man hat erkannt, man muss um diesen Kontinent in diesem Wohlstand, in dieser relativen Sicherheit, in diesen Möglichkeiten zu erhalten, muss man in Zukunft investieren. Und dabei nicht nur der Staat, sondern dabei auch private Unternehmer, die sagen, hier investiere ich in diesen Kontinent, in die Arbeitsplätze, vor allen Dingen aber auch in die Arbeitsplätze zum Beispiel für Jugendliche, wo es wirklich riesige Unterschiede in Europa gibt, die frustrierend sind. Das war in der Rede von Oettinger gar nicht so zu hören, sondern da war eben vor allen Dingen Außengrenzen, Verteidigung. Sind wir da schon auf dem Weg zu einer europäischen Verteidigungsunion? Na ja, ob das der Weg ist, wenn es dazu kommen sollte in ferner Zukunft, dann wäre das der Anfang gewesen. Jetzt geht es erstmal darum, Synergieeffekte zu schaffen, damit wir nicht 27 Panzer, 27 Fregatten, 27 Gewehre, also diese Doppelbelastung haben oder Dreifach- und Mehrfachbelastung, um einfach die vernünftige Synergieeffekte zu heben. Was nachher politisch mit einer Armee stattfindet, das ist ein viel größeres Thema, das muss man innerhalb der NATO besprechen. Wir kennen ja die Empfindlichkeiten, die berechtigten Empfindlichkeiten, was unsere Sicherheitsinteressen angeht und wer sie vertreten soll. Aber darum geht es jetzt erstmal in den Plänen der Europäischen Union nicht. Gucken wir uns doch nochmal an, also das eine war die Mehrausgaben, das andere war das Sparen. Sie haben es ja schon erwähnt, es geht ja vor allen Dingen um die Agrarsubventionen, bei 70 Prozent sind wir. Herr Oettinger sprach davon, dass wir sechs bis sieben Prozent in diesem Bereich sparen. Über den langen Zeitraum. Über den langen Zeitraum. Das hat Frankreich natürlich gleich auf den Plan gerufen. Glauben Sie, dass es da überhaupt eine Einigung gibt? Ja, ich glaube schon. Also damit das auch klar ist, ich mache jetzt hier nicht den Populisten und sage, alle Agrarsubventionen von heute auf morgen runter, das kannst du a. in einem ländlichen Bereich gar nicht machen und b. musst du auch den Landwirten als Unternehmen die Möglichkeit geben, hier umzudenken. Musst du sagen, wo ist die Entwicklung hin, wo sind neue Märkte, die sich vermöglichen, wo sind vielleicht Produkte, wo ich einfach qua Größe und anderem gar nicht konkurrieren kann, gehe ich mehr auf den ökologischen Markt. Wobei ich aber auch dann sagen muss, wenn ich dann höre, dass jetzt gesagt, ja, ja, die normalen Agrarsubventionen sollen runter, aber für ökologische Betriebe sollen sie hoch. Das kann es an der Stelle wirklich nicht sein. Aber es bleibt noch mal dabei. Du musst eben an bestimmten Stellen nachdenken. Und da merkt man die Reaktion dann eben auch sofort, ups, nein, also negative Meldungen nicht. Und leider ist es so, was heißt das? Aber wir kennen ja, um auf Frankreich noch mal zurückzukommen, wir kennen ja viele Bilder, wo französische Bauern also wirklich durchaus mit einem gewissen Gewaltpotenzial auch auf die Straße gegangen sind. Haben wir das wieder vor uns? Also erstens habe ich da die Hoffnung, dass Frankreich viel mehr verstanden hat, warum sie in Europa so weit hinterher gelangt sind, warum sie sozusagen der kranke Mann Europas waren, der wir vor der Agenda 2010 waren. Wir vergessen das ja immer, wie schlecht wir da standen, bevor es die Agenda 2010 gab. Und da habe ich das Gefühl, ein bisschen mehr ist es erkannt worden, deswegen auch Macron als Präsident. Aber das ist die Nagelprobe. Das ist die Nagelprobe bei den Bauern. Das ist die Nagelprobe, wie wir sie jetzt erleben, bei den Bahnbediensteten mit einem Ruhestand bei 55, weil die Arbeit so anstrengend ist im Verhältnis zu allen anderen Berufen. Und, und, und. Das ist aber das. Sorry, das gehört für mich dann auch zur Politik dazu. Du musst da auch stehen und sagen, hier stehe ich, ich kann nicht anders, wenn ich für uns alle eine Zukunft haben will. Herr Akwerdi, auch die sogenannte Kohäsionspolitik zur Strukturförderung soll ja an der einen oder anderen Stelle gekürzt werden. Inwiefern ist Deutschland denn da betroffen? Ja, ganz schön, ja. Ganz schön viel. Bis in das letzte Bundesland hinein. Und der Bundesrat wird sich da auch länger mit beschäftigen wollen. Können Sie das konkreter machen? Ja, wenn Infrastrukturprojekte in Nordrhein-Westfalen beispielsweise, Brückenbau oder Infrastrukturmaßnahmen, die sozusagen die Angleichung der Lebensverhältnisse angehen, von Europa gefördert werden, dann ist das Geld aus diesem Fonds. Und da gibt es auch einen großen Streit darum, ob das immer richtig passiert, in der nach den Verteilungskriterien, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und ich kenne viele, das politische Projekt Europa, kaputtredende Beispiele, wo das nicht funktioniert hat. Es gibt eben auch viele gute. Ich will das, ich wollte diesen, so wie wir am Ende in diesen Verhandlungen über unseren Bundesrat zum Beispiel, der sich dann beteiligt an der Debatte und dann über den Europäischen Rat, Einfluss nimmt auf die Entscheidung Deutschlands und wie wir diesen Haushaltsentwurf mitberaten werden und mit beeinflussen, so sollten wir auch eben, ich hatte das belgische Beispiel genannt, ich hatte Südeuropa genannt, aber dann eben auch auf Frankreich eingehen. Gestatten Sie mir diese eine Spitze. Ja, Sie haben recht, Sie haben das nicht populistisch gemacht. Ja, Sie haben recht, Sie haben dann gesagt, ja, man muss auf die Franzosen zugehen. Aber vorher haben Sie dann doch zweimal den Agrarhaushalt genannt. Und ich aus meiner Sicht, aus meinem Waage, aus Hamburg betrachten, würde ich mir auch wünschen, dass der schneller sinkt. Ich erkenne aber auch, dass dieser Wirtschaftszweig in Frankreich so riesengroß ist, dass man da miteinander im Gespräch bleiben muss. Und das Gleiche gilt bei diesen anderen Haushaltsmitteln, wo es vielleicht uns betrifft, dass man am Ende gemeinsam einen Weg findet. Im Übrigen gibt es da noch ein paar Staaten, die ein bisschen kleiner sind als Deutschland und Frankreich. Da ist es auch unsere Anstrengung, uns besonders in deren Rolle zu versetzen, damit wir alle sozusagen so weit wie möglich an Bord bleiben. Wir müssen uns auch ein bisschen diesen Politikstil abgewöhnt, zu Hause über das zu schimpfen, was die in Brüssel machen, sondern das auch ein bisschen offensiver verteidigen. Das ist vielleicht, kriegt man da nicht immer den Applaus auf den Parteitag, aber es ist nötig. Wie sieht das denn überhaupt generell aus mit den deutschen Rückflüssen aus dem EU-Haushalt? Wie hoch sind die und wie groß ist denn das Delta zwischen dem, was man zahlt und dem, was man zurückbekommt? Die Rechnung wirklich ehrlich aufzumachen, glaube ich, kann keiner. Aber ich kann an der Stelle sagen, es ist unter dem Strich immer positiv. Wir sind ein Exportland. Warum sind wir ein Exportland? Weil wir sehr ausdifferenziert sind in dem, was wir können. Wir bauen tolle Autos, machen tolle Maschinen. Wir erfinden nicht immer die neue Technologie, aber wir sind in der Lage, neue Technologien mit Maschinenbau und anderen Dingen so zusammenzubauen, dass der Rest der Welt sagt, wollen wir haben. So, wenn der das aber haben will und er das Gefühl hat, ups, da könnten uns Arbeitsplätze kaputt gehen, dann macht er zu. Wir haben mit Europa erreicht, dass das innerhalb der Europäischen Union keine Rolle mehr spielt. Wir werden jetzt erleben in der Auseinandersetzung mit Großbritannien, Soft oder Hard Brexit. Was kommen denn da für Zölle? Sind es wirklich die 60 Milliarden, über die gesprochen wird? Oder wird es nochmal anders funktionieren? Also das, ich mache es einfach in meinem Wahlkreis. Ich brauche nur in jeden exportorientiertes Unternehmen zu gehen und zu sagen, wie viel exportiert ihr denn innerhalb der Europäischen Union? Und was wäre denn, wenn wir die nicht mehr hätten? Und wie seht ihr das denn jetzt mit Großbritannien? Und gerade die, und Hamburg, glaube ich, trifft das besonders stark, gerade die, die nach Großbritannien viel Export haben, sind davon ganz besonders verunsichert. Und jede Verunsicherung führt dazu, dass jemand, der überlegt zu investieren, eine neue Halle zu bauen, eine neue Maschine zu bauen, einen neuen Arbeitsplatz anzuschaffen, zu sagen, ups, ich bin mir nicht ganz sicher. Und man braucht sich ja nur überlegen, wie das wäre, wenn wir Europa insgesamt nicht hätten. Zahlenmäßig kann man das beim Brexit insofern sagen, als dass viele sagen, bei einem Hard Brexit 0,3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes gehen drauf. Bei einem Soft, also wenn man das einigermaßen regelt, sind es 0,1. Aber genau wissen wir es an der Stelle nicht, weil es viel mit Vertrauen zu tun hat. Ich würde einfach immer sagen, es ist mindestens ein mittlerer dreistelliger Milliardenbetrag, mit dem Deutschland da mit drin steckt. Und das ist viel, aber es ist so. Herr Hockwerdi, wenn man sich diese Finanzen der EU nochmal anguckt, Herr Fricke sagte gerade, dass es schwierig ist, es genau zu beziffern, wie viel Deutschland nun eigentlich zurückbekommt und wie groß das Delta ist. Warum kann man da keine Zahlen nennen? Warum ist das so schwierig? Ja, weil es um mehr als Haushaltspositionen geht. Es geht um die Rolle Europas in der Welt. Also kann man es auch sagen. Als Handelsraum, als Wirtschaftsraum, aber auch als Akteur in der internationalen Außenpolitik. Es geht um die Entwicklung, die Zukunftschancen Europas, einfach weil wir zusammen sind. Es geht um die Gewissheit von außen betrachtet, dass Europa zusammenbleibt. Und es geht auch um die Gewissheit von innen zu wissen, wir bleiben auch zusammen. Das alles hat bestimmte Folgen. Wenn Sie es übertragen auf die Bundesrepublik, dann war das ja nicht so richtig sicher, wie sich Bayern entwickeln würde in den 50er Jahren, vom Agrarstaat zum Hightech-Land, wie es heute der Fall ist. Und wir wissen alle nicht, wie sie die Zukunft entwickelt. Wir wussten in den 70er Jahren nicht, wie sich die Werftenindustrie in Bremen entwickelt. Wir wissen heute nicht, wie sich die Agrarlandschaft in Frankreich entwickelt. Dieses Commitment, dass wir zusammenbleiben, ist eben etwas Starkes an sich, ohne genau sehen zu können, was die Zukunft bringt. Sondern zu wissen, wir sind da gemeinsam drin. Das macht die Stärke aus. Das ist übrigens nicht nur ein wirtschaftliches Versprechen, sondern auch ein Versprechen der Werte. Also wir haben natürlich wirtschaftliche Maßstäbe festgelegt, die in der Europäischen Union gelten sollen, aber eben auch rechtsstaatliche. Das ist ja auch ein Wert an sich, der unser Zusammenleben entscheidend prägt und uns unterscheidet von anderen Kontinenten. Bleiben wir doch mal bei diesen rechtsstaatlichen Prinzipien. Herr Oettinger hat gesagt, dass die Auszahlung von der EU-Förderung auch an diese Einhaltung der rechtsstaatlichen Prinzipien gebunden ist. Aber ist das nicht grundsätzlich immer so gewesen oder sollte es nicht immer so sein? Ja, das ist die Frage, wie weit ich die Grenze ziehe. Ich bin ja von Hause aus Jurist und tue mich da doch ein bisschen schwer. Was ist Rechtsstaat? Ist das die deutsche Definition? Wie weit geht das? Wer wählt Richter aus, um das polnische Problem mal zu zeigen? Da könnte ich also in manchen Ländern, auch innerhalb Deutschlands, die Unterschiede beim Richterwahlverfahren dastehen, ohne das gleichsetzen zu wollen. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig, ob wir so etwas als Druckmittel nehmen müssen, wir müssen klare Grenzen setzen. Aber wie definieren wir das? Und wer definiert das? Das wird sehr, sehr schwer werden. Dennoch, und das wird gerade bei Osteuropa, Polen, Ungarn genannt, die große Schwierigkeit sein, da klar zu machen, wo die Grenzen sind. Nur nicht nach dem Motto, wir bestimmen jetzt ganz genau die Grenzen bis im Detail. Nee, wir müssen schon darauf hinweisen. Aber ich tue mich sehr schwer mit der Frage der Anführungszeichen Druckausübung über Geld. Das ist sehr schwierig. Ganz ehrlich, ich glaube, da gibt es andere Möglichkeiten, wie man an solche Dinge herangehen kann. Und natürlich ist das, was Herr Orban macht, natürlich ist das, was die PiS macht in Polen, ist an der Stelle für mich etwas, wo ich Bauchgrimm habe. Aber die Grenze wird dann schon etwas schwieriger gesehen. Wollen Sie das auch so sehen, dass eine gewisse Universalität der rechtsstaatlichen Prinzipien innerhalb Europas nur sehr schwer zu definieren ist? Historisch ist es so, wir haben die Kopenhagener Kriterien, dann darfst du Mitglied im Club werden, du erfüllst die Kriterien, kommst rein. Und wir haben kein echtes Verfahren gehabt, was passiert eigentlich, wenn man einmal drin ist und dann sozusagen die Kriterien so sukzessive aufgegeben werden. Ich nehme erst einmal unsere Problemländer, die Sie eben genannt haben, Polen und Ungarn raus oder Tschechien wahrscheinlich auch raus, sondern gucke, das muss ja nicht dabei bleiben bei diesen drei Ländern. Und zurück zum Haushaltsentwurf, der jetzt vorgelegt wurde. Ich finde, das ist übrigens etwas, was auch in Geld nicht abzubilden ist, was man reintut und was zurückkommt. Also da sind Sie bei Herrn Fricke, das sollte man nicht über Geld regeln. Wir haben eine grundsätzliche Debatte, wir haben eine grundsätzliche Debatte, ich glaube durch den ganzen Bundestag, zumindest unter den vernünftigen Parteien, ob man sozusagen bestrafen soll, konditionieren soll für ein Fehlverhalten, weil man sich nicht mehr an die Grundrechte, an die vereinbarten Prinzipien hält, oder soll man eher Incentives geben, Anreize schaffen, damit man sich in Zukunft da besser dran hält oder widerstandsfähiger gegen solche Entwicklungen wird. Ich glaube, dass dieser Entwurf, den wir jetzt haben, das eigentlich ganz gut abbildet, dass man beides machen kann und beides im Auge behalten sollte. Das wird auch die Zeit, sich jetzt nochmal ganz genau die Instrumente anzuschauen. Die Kommission hat jetzt ja nur einen Vorschlag gemacht, die wird das konkretisieren bis Ende nächsten Monats. Dann wird das ja letzten Endes erst in den Gremien der EU besprochen werden. Und da sollten wir uns anschauen, wollen wir einerseits, was haben wir davon, wenn wir Polen bestrafen, wenn wir einen polnischen Landwirt dafür bestrafen, dass seine Regierung das Verfassungsgericht nicht nach unseren Werten einsetzt, dem die Förderung zu streichen. Wird ihn das zum Fan des europäischen Projekts machen? Wohl kaum. Andererseits muss es da ein Limit geben, wann ich Geld deutschen Steuerzahlern abnehme, um sie nach Polen zu bringen, auch wenn die sie nicht an die Regeln halten. Was ich interessant finde und wo wir vielleicht alle, ich werde das tun, mehr Aufmerksamkeit auch verwenden sollen, sind die Mechanismen und auch die Haushaltspositionen, die jetzt im Entwurf stehen, zu den Strukturveränderungen, bevor es zu so etwas kommt. Anreize zu schaffen für Strukturwandel, wirtschaftlicher Art, aber auch im Justizwesen, in den einzelnen Ländern und sie zu sagen, vorher zu belohnen, bevor es zu so einem Kippen kommt, wie wir den in Polen gesehen haben. Das finde ich sehr interessant. Wir sollten uns alle nicht frei machen davon. Gibt es denn so ein Frühwarnsystem, dass man das so früh merkt, dass man so früh eingreifen kann? Nein, noch haben wir das nicht und genau darüber sprechen wir jetzt. Genau darüber sprechen wir, dass wir sozusagen vor dieser Phase machen. Die Wahrheit ist doch, wir sind alle ziemlich froh, wie in Frankreich die Präsidentschaftswahl gelaufen ist, obwohl wir uns vielleicht wahrscheinlich über Herrn Macron drei Jahre früher gar nicht gefreut hätten, weil es diese eine Person gibt, die dadurch, Frau Le Pen, die verhindert wurde. Man hätte ja vielleicht auch schon mal vor auf die Idee kommen können, wie es zu diesen Situationen kommt. Das gilt bei der Frage soziales Europa, das gilt bei der Frage Bildung für Europa, das gilt bei den Investitionen, bei den Arbeitsplätzen. Da kommt das ganze Paket zusammen. Da muss man nicht erst das Kind in den Brunnen fallen lassen. So beschreibe ich mal die Situation jetzt ein bisschen hemsärmelig in Polen und in Ungarn insbesondere. Man kann auch schon vorher eventuell handeln und dort auch gemeinsam als Europa handeln. Vielleicht macht das doch auch ein bisschen glaubwürdiger, was unsere Werteordnung angeht. Ich würde da gerne ein bisschen bei bleiben, bei Ungarn und Polen. Die haben sich natürlich leicht beschwert über eine solche Verknüpfung. Was sagt das über die EU aus? Es sagt eigentlich was darüber aus, ich will nicht dieses große Wort Zeitenwende benutzen, aber man merkt, da verändert sich innerhalb Europas gerade sehr, sehr viel. Wir merken, dass das, was wir über Jahre im Zuge der europäischen Wiedervereinigung, ich sage bewusst der europäischen Wiedervereinigung gehabt haben, wie kommen wir auf gemeinsame Level, wie kriegen wir das alles verbunden, wie schaffen wir es, den rechtlichen Rahmen einigermaßen hinzubekommen, kommen wir jetzt zu der Frage, wo wollen wir in Zukunft hin? Und das größte Problem, was wir in Europa haben, ist eine Grundtendenz in uns Menschen, dass wenn wir merken, da kommt Veränderung, es ist nicht mehr so, das können wir ja bei unserem Alter sagen, wie es in den 80er Jahren noch beschaulich war, vor der Wiedervereinigung, die Zeit ist vorbei. Und dann kommt die Frage, wie reagiere ich darauf? Ich kann auf Veränderung reagieren mit Angst und sagen, ich versuche es so zu behalten, wie es war oder wieder zurückzuführen, was nie funktioniert, braucht man sich ja nur zu gucken, es hat es noch nie gegeben, dass es zurückgegangen ist, dahin, wo es war, das geht wegen der technischen Veränderung nicht, weil Menschen sich verändern. Und hier kommt jetzt nun ausgerechnet die Europäische Union, die Teil der Notwendigkeit ist, dass wir diese gemeinsame Zukunft schaffen, obwohl sie bisher eigentlich eher so eine Art Koordinator war. Und ich mache das immer an der Stelle, guckt euch die Schweiz an, das war mal ein durchaus weltweit bedeutendes Land und dann irgendwann, weil sie niemanden mehr hatten, denen beigetreten ist, wurde gesagt, pass auf, euer Geschäftsmodell mit Bankgeheimnissen und allem, das ist vorbei. Den Schweizern geht es immer noch gut. Aber die Schweizer sind inzwischen in einer Situation, wo 90 Prozent ihrer Regelungen ihnen von Europa vorgegeben werden, sie in Teilen für Europa bezahlen, aber sie nicht mitzureden haben. Und wenn es hart auf hart kommt, dann stehen sie alleine da, das erleben sie in manchen Auseinandersetzungen, wie jetzt zum Beispiel mit Herrn Trump in einer Art und Weise, die eben zeigen muss, du musst zwar nicht in die EU, aber die EU ist ein ganz wesentliches Vehikel, um eine Zukunft zu haben, in der du bestehen kannst und gehört wirst. Ich würde gerne mal auf den Punkt zurückkommen, also Sanktionen auf der einen Seite, aber auch Belohnungssystemen, das haben Sie ja gerade angesprochen, man muss das, im Zweifel ist das besser, man muss das auch in Betracht ziehen. So eine Art Belohnungssystem soll ja, wenn es um die Aufnahme von Flüchtlingen geht, durchaus greifen. Würden Sie sagen, das ist der richtige Weg, oder würden Sie eher sagen, das birgt auch nochmal ordentlichen Sprengstoff zwischen Ost und West in Europa? Ich glaube, dass in dieser Frage sowieso Sprengstoff, wenn Sie so sagen wollen, drin ist. Das ist ein sehr konfliktieres Thema, das dürfen wir nicht kleinreden, dass es sehr konfliktreich ist. Aber wenn zum Beispiel die europäische Außengrenze mit europäischem Geld, mit europäischen Standards geregelt wird, auch ein Grenzzaun in Ungarn oder eine Insel in Griechenland, wo dann europäische Beamte, die europäisch bezahlt werden, nach europäischen Standards handeln, das kann ich runterdeklinieren, theoretisch bis in das Asylverfahren, dann ist das zumindest eine Verhandlungsgrundlage für alle. Wenn es zum Beispiel auch eine europäische Aufgabe ist, Flüchtlinge zu integrieren, stellen Sie sich vor, was dann Deutschland aus diesem Topf bekommen würde bei derzeitigem Stand, dann kann man sich vorstellen, dass da jeder, so wie auch bei den Agrarmitteln, seine Verhandlungsposition hat, aber wir haben etwas, worüber wir sprechen können, uns austauschen können und nicht einfach nur an unseren nationalen Grenzen Schluss machen. Denn eins ist auch vollkommen klar, und das steht nicht zur Debatte. Wir werden die internationale Migration, die globale Migration, wir werden Klimawandel, wir werden auch zum Teil den demografischen Wandel in Europa, wir werden das Verhältnis zu den USA, wenn ein Handelsstreit ist, es ist viel einfacher für 500 Millionen Menschen in Handelsfragen mit den Amerikanern zu sprechen, als wenn es nur 80 Millionen Deutsche wären, wir werden einige globale Herausforderungen der Zukunft nur gemeinsam bewältigen können. Da gehören diese beiden Punkte auch zu. Eine kleine Bemerkung noch zu Herrn Fricke, was wir mit den Amerikanern machen sollten vielleicht. Wir sollten das nicht, wir können mehr Selbstvertrauen haben, wenn wir wissen, dass wir zusammenstehen und müssen gar nicht diese Kampftour fahren. Ein bisschen cooler sein, wir sind ein super attraktiver Markt, der auch wertegebunden ist. Ja, klasse. Dann kann man sich auch ein bisschen entspannter zurücklehnen. Wenn man einmal nicht an sich selber glaubt und es dann Absetzbewegungen gibt, übrigens, ich muss die Amerikaner gar nicht als Beispiel nennen, das gilt auch für die Volksrepublik China oder für Russland, deutlich aggressivere Akteure, das ist in unserem eigenen Interesse, ohne dass wir jederzeit den Taschenrechner rausholen können und eine Zahl produzieren können, was dabei rauskommt. Wir verteidigen hier auch ein Stück weit oder investieren ein Stück weit in unsere Lebensart und in die Zukunft unsere Lebensart behalten zu können. Klares Plädoyer für ein sehr selbstbewusstes Europa, wenn man sich aber Europa so anschaut und die Europäische Union sich ja auch nochmal an der einen oder anderen Stelle ordentlich erweitern will. Kann das auf Dauer funktionieren oder müssen wir uns doch wieder auf eine Art Kerneuropa konzentrieren, um vielleicht schlagkräftiger zu sein, um vielleicht klarer in eine Richtung gehen zu können? Na, Kern hört sich immer so ein bisschen an. Da gibt es ein paar, die sind ein bisschen exklusiver im Club und das ist gefährlich. Wenn wir eine Lösung finden, wo Teile zeigen, dass sie... Ist dem nicht so? Nein, ich glaube, also ich muss ehrlicherweise sagen, wenn ich jetzt sehe, wenn wir beim Thema Brexit sagen, da ist jetzt ein großes Deutschland, da ist ein großes Frankreich, ein Italien, das total geschwächt ist, das ist eigentlich der Elefant im Raum, über den wir noch gar nicht gesprochen haben bei all dem Porzellan, das da ist, und dann kommen viele mittlere und kleinere. Da hat sich so viel verändert, dass wir genau aufpassen müssen, dass du zwar zeigen kannst, dass du bereit bist, vorweg zu gehen, aber nicht, dass du dich über andere stellst. Und deswegen bin ich bei dem Kernspiel. Was entscheidend dabei ist, ist was anderes. Die Angst, die wir bei dem Thema Erweiterung und Ähnlichem haben, ist, dass man sich nicht an die Spielregeln hält. Das ist nach meiner Meinung das größte Problem, und zwar von allen Seiten, dass keiner sich an die Spielregeln hält, jeder für sich nur den Vorteil sucht. Wir haben das erlebt bei der Frage, ohne dass ich jetzt Schuldvorwürfe mache, Banken, Finanzen, aber auch Verschuldenskrise in Europa, dass man sich nicht an Spielregeln gehalten hat und dass Europa diese auch nicht richtig kontrolliert hat. Wenn du klare Regeln hast, sie klar anwendest und dann auch vollziehst und auch im Unangenehmen vollziehst, dann geht Europa. Wenn du es aber so nach dem Motto machst, ja, kommt mal dazu, wir gucken mal, dass wir das irgendwie hinkriegen und jeder guckt seins, dann wird es niemals funktionieren. Herr Gwerdi, genau vor einem Jahr ist Emmanuel Macron gewählt worden. Ich glaube, sogar heute vor einem Jahr ist er gewählt worden. Was würden Sie sagen, wird denn aus seinen Europaplänen? Er steht ja so ein bisschen ohne Antwort aus Deutschland da. Na ja, Herr Macron hat eine Vielzahl von Vorschlägen gemacht. Wenn Sie sich seine Reden oder insbesondere die Sorbonne-Rede anschauen, dann werden Sie sehen, das ist ein sehr breites Podium, das er da aufgebaut hat. Insofern kann man nicht einfach nur Ja oder Nein zu diesen Vorschlägen machen. Ich glaube, dass in dieser Generation, insbesondere nach der Brexit-Entscheidung, aber auch einer gewissen, ich beschreibe es immer, Europadepression davor, dem Präsidenten ein großes Dank dafür gebührt, dass er das Thema Europa überhaupt wieder auf die Bühne gebracht hat. Dass er diesen Anschub gibt, um diese Debatte zu finden. Ich glaube übrigens auch, dass der Haushalt, über den wir eben gesprochen haben, auch unter dem Eindruck der Initiativen von Herrn Macron steht. Aber das viel Wichtigste, glaube ich, und das, was am positivsten zu bewerten ist, dass er gezeigt hat, dass man eben damit auch eine Wahl gewinnen kann. Das ist bestimmt bei allen den Spezialitäten, die wir in Frankreich haben, durch das Wahlrecht, dass man sich da am Ende entscheiden musste, zwischen zwei. Und wahrscheinlich hätte er in einem repräsentativen System auch nicht ganz so viele Stimmen bekommen. Trotzdem hat er Mut bewiesen und allen anderen Akteuren in Europa gezeigt, du kannst damit tatsächlich was werden. Wenn es Herrn Macron nicht gegeben hätte, würde im Koalitionsvertrag heute nicht in den ersten Seiten das Thema Europa stehen, sondern es wäre wieder weiter hinten. Diesen Impuls, diese Power, die müssen wir nutzen. Dass wir trotzdem nicht überall einer Meinung sind, dass es unterschiedliche Interessen zwischen Kleinen und Großen gibt, das ist vollkommen klar. Vielleicht noch ein, ich mag das, dass wir über Herrn Macron sprechen, dass wir über Europa sprechen, das ist wichtig. Aber dann bin ich dann auch bei denen, die sagen, wir dürfen es jetzt nicht nur auf Frankreich und Deutschland reduzieren. Wir müssen uns alle in die Rolle eines Abgeordneten, eines nationalen Parlaments, eines Landes versetzen, das weniger als 15 Millionen Einwohner hat in der Europäischen Union. Die wollen am Ende auch mit dabei sein und die wollen vor allen Dingen sicherstellen, dass es nicht nur die Wahlchancen von Herrn Macron das nächste Mal sind, wenn es wieder gegen Frau Le Pen geht oder die Erfolgsaussichten der Großen Koalition in Deutschland, sondern dass wir das Ganze im Blick behalten. Und da müssen wir die auch mit reinholen. Das wird jetzt auch geschehen. Die Gespräche finden ja statt. Es finden ja Gespräche in Deutschland, in Berlin, jetzt nicht nur zwischen Frankreich und Deutschland statt, auch den anderen europäischen Plänen. Das wird sehr, sehr wichtig sein. Gemeinsam wird man dann eine Antwort geben, wenn ich das noch sagen darf, auf der Basis, was die deutsche Frage angeht, auf Basis des Koalitionsvertrages natürlich. Ich würde trotzdem noch mal gerne bei Herrn Macron bleiben. Man sagt ja immer, das deutsch-französische Verhältnis sei für Europa besonders wichtig, weil nicht zuletzt Deutschland, Frankreich der Motor für Europa sind. Emmanuel Macron wird zitiert mit dem Satz, wenn Sie, also Frau Merkel, sich mit den Liberalen verbündet, das war noch zur Zeit von Jamaika, bin ich tot. Würden Sie sagen, die Vorschläge von Macron gehen auch zu weit? Also ich nenne zum Beispiel mal so etwas wie einen Eurozonen-Finanzminister. Man muss unterscheiden bei Herrn Macron. Und zwar, wenn man sieht, wir haben ja eben noch darüber gesprochen, was er innerhalb Frankreichs machen will, dann sind das ja genau die Reformen, wo Liberale sagen, ja, genau, die muss man machen. Das ist Agenda 2010-Nachfolge, also eine Agenda 2020. Man legt sich mit denjenigen auch mal an, die auf Dauer die Dinge so gemacht haben, wie sie sie schon seit Jahrzehnten gemacht haben und für sich Vorteile geholt haben. Bei Europa sagt er auch an vielen Stellen, ich will Strukturen verändern. Wir können die Frage Migration, Grenzsicherung, können wir nur europäisch lösen. Und wir brauchen dafür auch eine gemeinsame Kontrolle und so weiter. Aber beim Thema Finanzen und da, ja, sorry, bei mir geht sofort die Rechenmaschine an. In dem Moment, wo mir jemand sagt, er möchte eigentlich zusätzliche Kassen haben, in dem Moment, also ein Eurozonen-Budget zum Beispiel haben, ein Euro-Finanzminister, frage ich immer, wo kommt das Geld her? Ist das zusätzliches Geld? Und vor allen Dingen dann, bin ich dafür an anderer Stelle bereit zu sagen, da brauche ich aber nicht mehr. Und diese Vorschläge, dieser Teil, und man muss Macron einfach differenziert sehen, den muss ich von dem anderen trennen. Die Strukturveränderungen, die kann ich machen, indem ich über die Frage des europäischen Haushalts etwas tue. Dafür brauche ich einen Euro-Finanzminister nicht. Ich brauche nicht zusätzliche Milliardenbeträge, um Banken zu sichern. Und ich brauche auch nicht zusätzliche Milliardenbeträge, um neue Investitionen zu machen. Dafür habe ich eine europäische Investitionsbank, die mit einem dreistelligen Milliardenvolumen das macht. Ich habe einen europäischen Stabilitätsmechanismus, der mit 500 Milliarden eine Sicherheit bietet. Da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Denn Geld verführt dann doch dazu, bei den meisten Politikern, da nehme ich keine Partei von aus, zu sagen, was könnten wir denn damit machen, wo könnten wir es denn auch ausgeben, um zu zeigen, dass wir beliebt sind. Und da habe ich auch in vielen Gesprächen mit den Franzosen bisher noch nicht herausbekommen, warum dieser finanzielle Teil notwendig ist. Mit einer Ausnahme, da gehen wir wahrscheinlich überein, den europäischen Stabilitätsmechanismus in einen europäischen Währungsfonds umzuwandeln, der dann nicht erst, bleiben wir bei dem Bild, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, reagiert, sondern früher reagiert, darüber können wir reden. Aber das dann schon wieder zu nutzen, um das dann für anderes auch ausgeben zu können, da sage ich dann sofort auf gar keinen Fall. Würden Sie sagen, wir brauchen einen Eurozonen-Finanzminister? Hat Macron recht? Ich finde es ganz spannend, dass Sie den EWF unterstützen, wenn er vorher handelt. Das höre ich zum ersten Mal heute von der FDP. Das ist natürlich interessant, da werde ich darauf zurückkommen in den nächsten Wochen. Wenn er an der richtigen steht. Nach dem Motto, wir haben Geld, handeln wir mal vorher, da sieht es nicht ganz so gut aus. Nein, aber wenn es eine konkrete Gefahr gibt, nicht erst wahrgenommen. Ich hatte das bisher so wahrgenommen, dass das kategorisch abgelehnt wird. Insofern gibt es ja schon eine Gesprächsgrundlage. Ich glaube, wo wir herkommen, also es geht wieder darum, wozu das Ganze. Das ist eben kein Nullsummen-Spiel. Das ist nicht so, wie Donald Trump sagt, wir teilen die Welt international auf und dann hat man mathematische Formeln und der eine verliert und der andere gewinnt. So läuft das nicht. Wir haben in den letzten zehn Jahren nach der Krise 2007, 2008 einige unserer Hausaufgaben gemacht. Und wir sind da auf den ersten Blick ziemlich erfolgreich. Auf den ersten Blick ziemlich erfolgreich, sage ich, in Deutschland. Jetzt können wir nicht, und Sie haben ja die Instrumente gesandt, vom ESM und von anderen Maßnahmen, die wir ad hoc getroffen haben, zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten, und zwar genau deshalb, weil wir kein System hatten, sondern weil uns das über Nacht erwischt hat. Und machen wir uns mal alle frei von Griechenland, Italien und den anderen Pleite-Staaten. Ja, Österreich war auf der Kippe. Österreich war auf der Kippe 2009. Nur durch europäische Instrumente oder über, also, gubermentale Instrumente konnten wir sozusagen da auch den Dominion vielfältigen. Und das auch von Herrn Draghi. Die EZB hat uns doch die Kohlen aus dem Feuer geholt. Ja, eine europäische Institution, wo die nationalen Parlamente eben nichts zu sagen hatten, weil sie unabhängig ist. So, und das darf uns doch nicht noch mal passieren. Uns darf doch nicht noch mal passieren, dass wir über Nacht auf einmal 400 Millionen Euro deutsche Steuergeld nehmen, um Banken zu rekapitalisieren, weil wir das machen mussten. Ich war übrigens dafür, also, mich hat man nicht gefragt. Ich war noch nicht Mitglied des Parlaments zu dem Zeitpunkt. Aber ich hätte es auch getan, weil der Schaden auch viel größer geworden ist. Aber wir können doch mal jetzt die Maßnahmen treffen, damit wir nicht noch mal in so eine Zwangslage kommen. Mehr ist doch gar nicht gefordert. Und darüber können wir gerne sprechen. Wenn ein europäischer Finanzminister die Aufgabe hat, nationale Interessen besser zu bündeln unter dem Dach der Europäischen Union, um solche Krisen zu verhindern, bin ich dafür. Wenn ein Ersatzhaushaltsgeber ist, der einfach nur das Geld verprasst und am Ende Wahlkampftouren durch Europa macht, dann bin ich dagegen. Aber per se von Anfang an zu sagen, nein, ist der falsche Weg. Wir sind noch nicht aus dem Gröbsten raus. Und ich erinnere daran, dass die Arbeitslosenquote in einigen europäischen Ländern, auch während wir hier sitzen, ein bisschen anders ist als in Deutschland. Da haben wir auch Verantwortung für. Wir sind uns in ganz vielen Sachen einig, was die Investitionen für Deutschland und Europa und die Zukunftsfähigkeit angeht. Wir sind uns vielleicht nicht so sehr einig, was die Frage von sozialem Europa und gegenseitiger Verantwortung angeht. Das gehört nämlich auch zum Kontinent. Wir brauchen für die Zukunft etwas, was sicher funktioniert und nicht von dem ich glaube, dass es funktioniert. Oder Sie. Sondern wo der Kapitalmarkt, der globale Kapitalmarkt uns abnimmt. Es lohnt sich nicht, gegen irgendeine Eurobank zu spekulieren. Und dazu müssen wir diese Instrumentarien auch unter dem Dach der Europäischen Union versammeln. Ob der dann Minister heißt, das ist für mich eine zweitrangige Frage. Wir sind quasi am Ende der Sendung. Deswegen eine kurze Schlussfrage. Wo steht mir denn mit Europa? Wird es eine Vertiefung der Europäischen Union geben? Oder laufen wir hier Gefahr, dass die Europäische Union zerbricht? Wir sind noch nicht entschieden. Es wird die Frage sein, wie wir Europa darstellen. Wie wir klar machen, ja, da sind auch Dinge falsch gelaufen. Und ich muss das noch mal kurz bei den Finanzen sagen. Ich weiß, Schluss der Sendung. Aber man darf dann auch nicht sagen, jetzt haben wir gerettet und dann muss ich nichts mehr tun. Es ist zu wenig in den letzten Jahren getan worden bei wirklichen Veränderungen. Und wenn ich sehe, die EZB macht immer noch so weiter. Aber wir müssen dann erklären, was wir wirklich mit Europa anfangen wollen. Und da bleibe ich bei dem, da gehen wir gar nicht weit auseinander. Wo wollen wir da hin? Was ist so entscheidend gut? Warum ist Europa unsere Stärke? Das Wort cool ist ein bisschen verbraucht, aber es ist genau das. Selbstbewusster zu sein, in die Welt rauszugehen und zu sagen, ich bin Europäer. Ja, ich bin Deutscher mit den deutschen Besonderheiten und wir können manche Dinge besonders gut, manche nicht ganz so gut. Und das nach draußen zu tragen und zu sagen, Leute, all das können wir nicht mehr. Und wie schnell es in einem Land runtergeht und wie schnell es abgewirtschaftet wird, das kann man so häufig in der Welt sehen. Wir nehmen es nur nicht wahr. Gefahren für Europa? Die größte Gefahr für Europa sehe ich derzeit, dass Abgeordnete, Politiker, aber auch andere Vertreter der Zivilgesellschaft Nationalismen bedienen, die das Projekt gefährden. Das geht von offenem Nationalismus, von rechtsradikalen Parteien in Osteuropa, aber auch über unsere Sprache, die wir hier so verwenden, wenn wir über Nationalismen sprechen, wenn wir bestimmten Ländern Attribute zuordnen wie faul oder sie leben auf unsere Kosten, das wird das Projekt auswählen. Ich bin sehr froh, dass auch Ihr Vorsitzender nicht mehr dieses Bild von der Geldpipeline benutzt. Das ist keine objektive Beschreibung der Situation. Das ist im Wahlkampf vielleicht erlaubt, aber es gefährdet das Projekt. Jeder Politiker ist gerade, das juckt einen in den Fingern, diese Nationalismen zu bedienen, um auf Parteitagen und Wahlkampagnen den Applaus zu Hause zu bekommen. Wir müssen Verantwortung für den gesamten Laden übernehmen, weil unsere Interessen in Europa aufgehen. Es gibt keinen Unterschied zwischen deutschen Interessen und europäischen Interessen. Das ist das Gleiche. Ein paar Unterschiede gibt es dann schon, weil bei der Frage, wenn einer zahlt, muss er es tun. Wir sind schon zwei Minuten drüber. Vielen herzlichen Dank für die Diskussion, die gezeigt hat, dass Europa sehr viel mehr ist als nur sein Haushalt, nämlich dass es hier um Werte geht und um das Zusammenstehen und das Miteinander. Vielen herzlichen Dank hier am Tisch und vielen herzlichen Dank bei Ihnen fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend bei phoenix. Applaus Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank.